Hi, ich zeige heute, was es mit dem Rang einer Matrix auf sich hat und wie man den berechnet. Und allgemein, der Rang ist einfach nur die maximale Anzahl der unabhängigen Vektoren in einer Matrix. Und den Rang kann man jetzt auch dafür nutzen, um zu sehen, ob eine quadratische Matrix, also eine n-Kreuz-n-Matrix mit n-Spalten und n-Zeilen, invertierbar ist. Und sie ist eben invertierbar, wenn ihr Rang auch n beträgt. Das würde bedeuten, damit diese Matrix hier invertierbar ist, muss ihr Rang 3 betragen. Außerdem ist über den Rang noch zu sagen, der Spaltenrang ist das gleiche wie der Zeilenrang. Und deswegen gilt auch, dass der Rang von einer Matrix A das gleiche ist wie der Rang von A transponiert. Und dafür bringt man jetzt die Matrix einfach auf obere Dreiecksform, beziehungsweise versucht es. Und der Rang ist jetzt die Anzahl der Zeilen, die nicht nur aus Nullen bestehen. Das wird, glaube ich, einfacher, wenn ich das einfach mal an dem Beispiel hier vorrechne. Also, wenn man jetzt diese Matrix hier wählt, kann man im ersten Schritt einfach mal sagen, man rechnet jetzt die zweite Zeile minus dreimal die erste Zeile. Das ist jetzt ganz normaler Gauss-Algorithmus. Man versucht erstmal, in der ersten Spalte alle Einträge bis auf 1 zu 0 werden zu lassen. Im nächsten Schritt bleibt jetzt die erste Zeile gleich. Jetzt vertauscht man einfach die zweite und die dritte Zeile. So, und man hat obere Dreiecksformen. Das war's schon. Jetzt sieht man hier, man hat keine einzige Nullzeile. Das bedeutet dann, der Rang dieser Matrix ist gleich 3. Und das bedeutet jetzt wiederum, man kann diese Matrix invertieren. Wäre der Rang der Matrix jetzt zum Beispiel 2, dann würde das eben bedeuten, diese Matrix lässt sich nicht invertieren. Hier jetzt mal noch ein weiteres Beispiel. Geht man einfach mal vor, wie bisher auch, rechnet man zum Beispiel diese Zeile hier minus 5 mal die erste Zeile und diese Zeile hier minus 3 mal die erste Zeile. Schreiben wir das mal im nächsten Schritt auf. Jetzt kann man die dritte Zeile einfach plus die vierte Zeile rechnen. Okay, jetzt sieht man schon, Zeile 2 und Zeile 3 sind identisch. Jetzt kann man sich das ausruhen, welche man zu welcher dazu rechnet. Man kann jetzt die dritte Zeile einfach minus die zweite Zeile rechnen. Im nächsten Schritt erhält man dann... So, jetzt kann man die Zeile noch weiter vertauschen. So, und an der Stelle erkennt man jetzt bereits, man wird keine weiteren Nullzeilen erhalten, weil man hier zumindest schon mal die obere Dreiecksform hat. Allerdings hat man jetzt die eine Nullzeile. Diese Matrix hier hat nicht den vollen Rang, ist dementsprechend auch nicht invertierbar, denn ihr Rang beträgt ja 3. Sie hat aber vier Spalten, beziehungsweise vier Zeilen und lässt sich deswegen nicht invertieren, obwohl sie eine reguläre Matrix ist. Den Rang von einer nicht-quadratischen Matrix bestimmt man genauso. Man versucht dort, die Dreiecksform zu erhalten mit den Einträgen. Allerdings ist da eben von Anfang an klar, dass sich die Matrix nicht invertieren lässt. Ja, ich hoffe, das Thema ist soweit verständlich geworden. Ich würde mich über Feedback freuen und ansonsten bis demnächst.